Ich habe schon ein Casting für einen fürsorglichen Dad in einem Frühstücksflocken-Werbespot. Hey, Dad. Ja, Kumpel? Als du ein Kind warst, was wolltest du werden, wenn du groß bist? Nun ja, ich wollte Rockstar werden. Und warum bist du keiner geworden? Deinetwegen, Kumpel. Ich habe ein Mädchen in einem Handyladen angelächelt und jetzt sitze ich hier fest und esse mit einem jungen Frühstücksflocken zum Abendessen. Für mich wirst du immer ein Rockstar sein, Dad. Du hast mein Leben versaut. Ich gehe ins Bett.